Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Vergrillung bei Schickling Grill. Ja, ich habe da hinten schon alle Zutaten aufgebaut. Wir grillen heute wieder mit dem Premio Gas XL2 und machen leckere Steakslider. Ja, die Steakslider, die bestehen aus einem rustikalen Baguette oder einem rustikalen Brötchen. Tranchen von einem wunderschönen Stück Fleisch und zwar einem Terres Major von Albersfood. Gut, dazu grillen wir süße Auberginen und wir machen einen schönen Paprika-Dip. Ja, das wird richtig, richtig lecker. Ich kann es mir jetzt schon so richtig vorstellen, wie die Steakslider aussehen werden. Die Auberginen, die werden jetzt erstmal in zwei Zentimeter breite Scheiben geschnitten, anschließend in zwei Zentimeter breite Stifte und dann in zwei Zentimeter breite Würfel. Die Aubergine und der Knoblauch wurde klein geschnitten und des Weiteren wurde bereitgestellt gutes Olivenöl, Cherry, Sojasauce, Zucker und Apfelessig. So, die Grillschale im Premio Gas XL2 wird vorgeheizt und nun kommt gutes Olivenöl dort rein und anschließend die Aubergine. So, ich habe jetzt erstmal die Hälfte der Auberginen reingelegt. Dann machen wir das in zwei Tappen. So, die Auberginen, die haben Farbe angenommen, sind relativ weich und die legen wir jetzt erstmal auf den Teller drauf und dann kommen die restlichen. Jetzt wird der Knoblauch ein bisschen angeschwitzt und anschließend abgelöscht mit Apfelessig und auch Zucker und Sojasauce, Sherry und anschließend etwas Zucker. So, da muss es richtig, richtig schnell gehen. Also zu der Flüssigkeit wurden die Auberginen jetzt wieder zurückgegeben. Ja, und das Ganze kann jetzt kalt geschält werden. Die süßen Auberginen, die können im Kühlschrank ein bisschen nachziehen und ich habe euch schon mal vorbereitet, Paprika klein geschnitten, ich habe hier noch ein bisschen Tomatenmark, Schmand, Frischkäse, Pfeffer und Salz und das wird alles gleich verrührt. So, werden wir mal probieren mit einem frischen Löffel. Und, boah, muss ich noch nicht mal nachwürzen. Okay. So, Zitzen Das Terrace Major ist im indirekten Bereich und zieht gerade nach auf ungefähr 54 Grad Celsius und ich habe hier schon mal vorbereitet die Slider, wo gleich die Steak-Tranchen drauf kommen Oh Mann, 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 schaut euch das mal an Terrace Major von Albersfood. Boah, ist das ein Fleisch, oder? Boah, da könnte ich mich reinsetzen. Steak Slider mit Paprikacreme, süßen Aubergine und Terrace Major. Mann, oh 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 Mann, das kann sich sehen lassen. Na, wenn das kein gelungenes Essen ist, ich freue mich da so richtig drauf, da gleich mal zuzulangen. Ja, ich habe ordentlich zu tun, die Fliegen und Wespen hier wegzuscheuchen. Mir bleibt nicht viel übrig, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.